Ja, grosse Überraschung hier zum Zug. 3 zu 2 schlägt Ajoin, der Meister. Und hier ist der Sieges-Gol-Schütz. Wie haben Sie es erlebt? Ja, also von ganz vor. Am Dienstag haben wir eine rechte Klatsche bekommen in Bern. Wir sind heute hierher gekommen. Wir haben nicht mal richtig gewusst, wie wir zusammen spielen. Wir haben ein bisschen Probleme gegeben mit den Ausländern und und und. Und wir sind einfach füreinander gegangen. Wir haben gekämpft. Wir sind im Spiel gelobt. Da teamen uns wieder mal den Arsch gerettet, kann man so sagen. Und am Schluss fallen sie mir glücklich hin. Aber es ist egal. Wir nehmen die 2 Punkte. Sie haben es schon gesagt. Eigentlich hat alles gegen Sie gesprochen. Sie kommen dezimiert hierher. Was hat Ihnen der Trainer mit auf den Weg gegeben, dass es das Mal gleich so geklappt hat? Dass wir einfach gehen sollen, füreinander daran glauben. Wir haben schon in den letzten Jahren bewiesen, dass wir ein grosses Spiel gewinnen können. Ich meine, es ist der amtierende Schweizer Meister. Wir sind auch amtierende Schweizer. Wir sind einfach in der Liga ohne daran. So haben wir uns ein bisschen motiviert und es ist aufgegangen. Okay. Merci vielmals und herzliche Gratulation. Merci vielmals. Vielen Dank.